Norddeutscher Rundfunk 2021 Und jetzt der erste Elfmeter. Kein Tor. Da reagiert er klasse und kann den Ball halten. Der Druck ist gehalten, ganz stark vom Torhüter. Den Schützen hat er gut ausgeguckt. Ja, klasse! Jetzt also Elfmeter. Immer auch eine Nervensache. Verwandelt! Ist das bitter! Der Ball geht neben das Tor. Und da sieht man schon deutlich beim Anlauf, dass er nicht bei der Sank... Was wollte er denn da machen? Ja, so ein Lupfer sieht super aus, wenn er reingeht. In dem Fall leider nicht. Jetzt also das Elfmeter. Und drin! Gehalten! Gehalten! Ganz, ganz starke Aktion von ihm. Jetzt brauchst du starke Nerven. Wenn er den Ball reinmacht, dann haben sie das Spiel gewonnen. Das ist der Sieg. Sie sind der Gewinner in diesem Wettbewerb. Dazu können wir Ihnen nur gratulieren. Ja, und auch wenn so ein Elfmeterschießen am Ende oft Glückssache ist, das Nervenkostüm stimmt und sie feiern zurecht. Ja, und so eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Wir stehen in Reihung Glied, also wir zwei sitzen noch in Reihung Glied, aber die Mannschaft steht in Reihung Glied. Ich liebe ja immer dieses Prozedere zu beobachten. Also da ist Konfetti, da sind Fontänen, da sind Luftschlangen. Da sind vor allem aber auch Kameranäute und Fotografen, die sagen, Halt nochmal den Pokal da links, halt nochmal den Pokal da rechts, mach nochmal hier. Und als Spieler denkst du, hau ab du Lurch, hau ab, ich will feiern. Ja, ist doch wahr. Ja, Buschi, reg dich nicht auf, wo sind seine Blenden? Ja, ist doch wahr. Guck dir das herzige Glückwunsch, können wir uns darum machen? Ja, Gratulation natürlich. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Wie auch Frank Buschmann. Metaphorisch, eine brillante Leistung bisher an meiner Seite und eine tolle Leistung.